So Leute, wie versprochen, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir zu euch ins Wohnzimmer. Heute fangen wir an und ich zeige euch eine schöne 18er. Das ist mal ein Flugzeug. An dem Bike ist alles special. Was haben wir hier? 0,1er US-Modell in einer Sonderlackierung. Zwei Farbtöne, das ist ein schönes freundliches Uni-Weiß und ein Seidenmatt schwarz. Das Ganze ergänzt mit zahlreichen Chrom-Applikationen. Gibt ein super schönes Bild. Passend dazu haben wir ein Two-Tone Seed mit gesteppten Nähten und weißen Keder. LED-Foglights, schwarze Felgen, Rotor-Covers, Shark-Grills, Stroboskop-Blitzer. Natürlich alles abschaltbar. Liegt ein ganz sauberer zusätzlicher Kabelbaum drin. Alles TÜV-gerecht. Und jetzt wird es special. Passen wir auf. Schaut mal aus. Hier haben wir eine versteckte Schalteinheit. Wenn ich die betätige, hat das Fahrzeug ein indirektes RGB-Farbwechselsystem. Rot, Blau, Grün und alle Mischfarben. Und alles so verbaut, dass wenn es ausgeschaltet ist, die Stripes nicht sichtbar sind. Also eine Mega-Effekt-Showbeleuchtung. Dann sind beide Topkick-Spoiler verbaut. Der untere Topkick-Spoiler wurde sogar mit dem Gehäuse einlaminiert und ist somit zu einer Einheit verschmolzen. Noch ganz interessant, das Motorrad hat ein Wilbers-Fahrwerk bekommen. Vorne und hinten. Besonders für sportlich ambitionierte Goldwing-Fahrer. Sehr interessant. Ja, zu Recht kann man sagen, das ist wirklich ein Unikat. Das Fahrzeug findet ihr ab sofort auf www.goldwing.de unter der Kategorie GL-1800 Gebrauchtfahrzeuge. Und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt uns eure Meinung auf unseren sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Morgen gibt es das nächste. Bis dann. Ciao.